Leute, wir zocken 515 Customers hier in CSGO und mit in meinem Team sind Dardosch, Liquid, Vita, Early und ich. Hallo! Und im Gegner-Team sind Darlo, McManus, Pixel, Sachse und Fisk. Doch, die müssen wir natürlich auch... Messer! Sorry, ja, ich komme mit Messer hinterher. Da sind sie schon, die Hunde. Grow in der Decoy. Erstmal Messer-Runde hier. Diesmal schaffen wir es aber, ja. Wer schießt da? Ich habe einen, anderen Schlitz. Ich auch. Noch eine. Ja, einer hat auch angeschlitzt. Nice. Nein, nein, nein. Ach, Early. Early, echt. Early, echt. Early, das ist getroppt. Du, ich habe die falsche Maustaste. Das ist mir aufgefallen. Das ist schon wie eine Idee zu droppen. Hinterher ist man immer schlauer. Das ist absolut richtig. Schade, ich wollte einen Boot starten, um Early zu kicken, das hat nicht funktionieren. Oh, das ist aber tragisch. Und Early muss sich echt abgewöhnen, den CS zu springen. Weil immer, wenn du springst, sollst du es besser nicht machen. Hey, ich versuche einen. Weil du triffst beim Schießen nicht. Du wirst langsamer, wenn du läufst, also anst zu laufen. Ja, wir gehen ins A. Ah, Attacke. Die können hier schon kommen. Ja. Wir sind voll die Rush-Gang. Kann man da oben einen reinboosten? Da kann man auf jeden Fall rein, ja. Oh, von hinten oder so. Nice. Bomb plant. Wer die Bombe hat, legen. Oh Gott, habe ich mich erst trocken. Ich wollte eine erste, die schön ist. Alter, ich habe mal halb mehr zur Fahrt gekriegt gerade. Ja, ich habe. Noch einer da. Zwei Leute von da. Dick ihn. Nice. Danke. Der andere ist auch low. Auf der Treppe zwei Leute noch da. Bleibt versteckt. Gut, ja. Der war schön. Noch einer. Auch Hits. Und noch einer auch. Also, der letzte kommt auch da. Good job. Wow. Yeah. Mama Mia. Mama Mia. Vita goes ham. Yeah, baby. Öli, wir haben gerade eine Runde gewonnen. Also, ich fühle mich jetzt schon zu stark. Fühlt sich stark, ja. Aber keine SG, Öli. Zweite Runde. Muss. Gehen wir wieder da oben lang. Der kaufst eh nur Ballpupp. Was? Ich mach das hier, habe ich doch gerade gedacht. Ich block. Gut. Oh, links auch einer. Links, 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 links. Der Pixelspaß. Was hast du gesagt, Pixelspaß? Von hinten. Da stehen viele. Leute, von hinten. Hinten lohnt es aber im Kopf. Wo ist er? Los, early. Tu, was für dein Geld. Schön erledigt. Ich muss gar nichts mehr machen. Well played, well played. Meine Freunde, well played. Volledadus über dir stand einer, ne? Der hat sogar so schön runter auf dich geguckt, mit der USB-Ausgabe. Den Tützer. Ja, da habe ich eher den ersten weggeholt. Dann war links noch jemand. Ja, richtig. Gut, wo plante ich die Bombe? Was? Kennen mich hier nicht ganz. Lasst mal jetzt links lang, Richtung B. Okay. Ai, ai. Ich fake rechts an. Trottweig! Zwei Leute da, einer. Schau doch mal. Zu B, ne? Wasch, ich. Die war weg. Nein! Von hinten, von hinten! Gut! ja keine bombe legen weggemacht don't need wieder einer steht oben an den treppen das habe ich immer noch da oben ich glaube ich habe links studie so klatscher kick lassen reicht doch sowieso nicht gesehen das war gerade dass die alle drei kamen als auf einer offenen stelle war und rechts noch einer rechts 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 da rechts noch mal rum vita da ist noch einer hier ja ja aber kann das warum legen die bleibt da einfach die bleibt dann mit der waffe raus bitte da kommt von hinten von hinten oder das kann der spray im bray da habe ich seine wannen gemacht hat da du kannst du mit aus beide wie gesehen den hol ich jetzt hallo ist auf dieser map nicht so gut hat er gemacht ja mit der ab hier schon b b b b ja geht mal b b ja geht b ich guck mal ob wir A nicht ablenken können ich habe nicht gesehen einer noch nur zwei mitte ich bin nach 1 ich bin vor wo seid ihr hin ich bin doch noch gerade neben mir das ist noch nicht wie kommt der dahin da ist einer ach schön der kommt mal gar nicht wo ist das stimmt könnt ihr die bombe auf b nehmen Nice. Das ist ein Mail. Da war aber noch einer, ne? Ja. Gut, hinter mir, vor mir. Auf weh, auf weh, auf weh, auf weh. Auf weh, auf weh, auf weh, auf weh, auf weh. Ne, ich kann nach dem Flo, nice. Good shots. Gut. Diese Waffe macht mich immer kill. Ja. Deine. Wieso? Weil die kacke ist. Jaja, so kacke, deswegen hab ich auch schon 4 kills gemacht. Gut, ich spiel gerne mit der AK. Ich werd euch aber nicht, wenn ich da nicht shine kills gemacht. Sagt er, deswegen hab ich schon 4 kills gemacht. Das ist... Ne, so viel. Hat's alles gut erlebt. Kommt ein Flash. Oh, geil. Au mann, gerade wenn ich durch... Einer ist unten. Einer unten, einer Mitte, einer oben. Das sind 3 Leute. Geht weg! Geht doch einfach, geht doch einfach weiter zum Spot. Ah, da kann man drauf. Denk ich dann gut drauf. Haha, da kann man drauf. Ich dachte, wir müssen da landen. Ich dachte, wir müssen da erstmal kämpfen. 2 sind bei meiner Leiche, ja gut. Bin ich offen. Ähm. Da ist der mir gerade auf Ende geschossen. Achso, wir sind in den letzten Beinen, cool. Achso, wir sind in den letzten Beinen, cool. Darf ich in der Ecke gehen und rein? Einer in der Stahl. Nevermind. Ach, leck mich doch. Das Problem ist, wenn da Leute mich pushen early, musst du einfach auch mit drauf gehen. Weil wenn du dann wartest, dann bist du... Äh, können jemand Pistols droppen? Oder kaufen wir? Ne, wir können kaufen. Wer? 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 Ja. Also, ich brauche nicht die. Ja, drop. Ne, hier ist die AK, ich nehme die Geld. Äh, jetzt gehen wir A. Äh, Quatsch B. Sorry, 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 B, 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 B. Geht weiter. Ich gehe vor. Ich smoke den Gang da vorne. Throw in smoke. Ich hoffe, die geht nicht gut. Moment. Ja, die ist ganz okay. Wo müssen wir lang? Wir müssen wieder die Torbogen. Da wieder. Rechts. Boah, ein Pixel drückt mir den Oney. Warte, Blend geht raus. Hier sind zwei bei mir, Achtung. Noch in der B, noch in der B, rechte Seite. Rechts, die da nicht. Ja, ja, aber... Ah, ne, das überlebt sie das hier. Ja, die schaffen wir's. Ach, sagst du, fick dich doch, Mensch. Ich hab noch 16. Das ist jetzt slow. Verdammt. Okay, aber er ist slow. Der kommt da hinten lang. Von hinten. Dann hat er recht. Heiß. Mit einer M4? Ja. Ich brauch's immer nicht. Hier, hallo, hier, hier, hier. Oh, die ganze hinten in der Ecke. Danke. Wir gehen in die gleiche Richtung. Ich würd' nochmal A machen. Ja? Also, ich würd' A machen. A ist gut. Ja, geht ja A und dann splitt ich mal Richtung B. Soll ich mit? Das ist wieder Ico. Also, mit den Nails. Flusswag! A ist hier. Nein, A ist hinter. Hinter der Schräge, sozusagen. Wenn du hinten runter springen willst, da ist einer. Mit der Scout. Ach, hinter uns kommen sie Achtung. Dalu, komm. Ab ihn! Oben! Die 2 Leute waren B. Ah leck mich doch Dalu grad Dass er jetzt gerade runter ist Dalu's on spot Kann schon am defusion sein Dalu ne Ach es ist nicht geblendet Ach ne stimmt sorry sorry Hast du nicht grad Dalu getötet? Ne Dalu an der nächstes Spahn oder Eco? Spahn oder Eco? Spahn ist echt gut Spahn heißt für mich nichts kaufen Warte Ich hab ihn nicht gekauft ne Ja du musst alle fragen Und was heißt Eco? Äh Pistel Das hat Eco zumindest gesagt Eco ist Pistel kaufen Ja Und und Mitte 2 ich bin durch Unten am Boot Pistel Oh man Da sind 2 Leute Nicht unten lang gehen Zwei Leute auf A Biskus low Oh man Leute Dalu kommt runter jetzt Ja Alles gut Wir leben noch gut in Führung Ja aber wir verschenken grad so einfach Das ist ne Eco Ja aber trotzdem Passt schon Kriegen wir schon hin Fick dich einfach Wo muss denn das ich da sitze? Weil du dich nie bewegst wenn du gesehen wurdest Ich glaub ein bisschen besser war das Beste Du warst der erste der da war und du warst der letzte der immer noch da in der Ecke gesessen hat Du wusst nicht ja das du da bist Weil du das immer so machst Weil du das immer so machst Ja kann man machen Ne halt Ist ne Spitz gemeint Nur so als Tipp Dann einfach dann Position mal wechseln oder so Wollt einfach nur verstecken und die Runde überleben Ja das wird nicht passieren Wartet mal Hier steht gleich wieder jemand Am Torbogen Andere bleiben vorne Wartet Warte 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 Er kommt von rechts Okay jetzt René René Daz Okay Sachs ist auf Gott aufm Spot Weil er pusht Ah What the fuck hier ist Dardo Ich weiß nicht ob ich den krieg Aber warte Sachs hat nicht mehr viel Der schleicht hinter euch um und rum Ich sag hier nicht der kommt Wo seid ihr denn alle lang gegangen? Ich hab keine Ahnung Warte kommst Dann wollte ich gar nicht hin Wir sind schon fertig Wir kaufen Ich dachte eigentlich von mir müsste auch jetzt der Spot sein Das war ein Haus Und dann lassen wir was kaufen Ja Zu spät So lang Lass mal slow spielen Mal gucken ob wir da ein paar Picks kriegen können In der Mitte oder so Hat du die ja gekauft oder was? Ja Juli hab ich gekauft Oh die kommt die kommt In der Mitte und ne Die pushen Mitte ist einer low Hab ich Dardo ist weg Einer noch Mitte oben Hast du ihn gehittet auf jeden Fall? Ah Mitte hier auch noch einer Oben drin Einer weg Ich wüsste auch die können auch von unten kommen Und von Also von unten rechts Oder von links Links Putz Unten drin ist vier Wem hin zu B? Ja Ich würd sagen Ich denke einer wird auf jeden Fall bei A schreien What? Den krieg ich noch so Und wenn du sie keines Das was die Bombe loot Ach Ich bin bisschen nervös Oh 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 NEils ich bin nicht in der nähe oben bei b ist an der ecke es ist echt besser geworden so gut gute runde oder ja wir haben wir haben aber du hast jetzt kein kevlar ok molly kommt runter ja gesehen die waffe wollte ich nicht mehr haben ich muss dir gleich zugucken da genau dahinter der kiste junge gemein dass unter uns vorsicht ja kommt oder geht er noch nicht noch kann er kann auf dem kopf spucken ja wir sollten gleich zu zweit mittelspielen liquid glaube ich ich weiß nicht wie du das zu smoken kannst dass du durch kannst weißt du ja aber die oben sind ich ja trotzdem wir müssen weil du nicht zielst das stimmt du hattest ja genug du hast alle zeit der welt um zu zählen wir sparen ich kann kurze kontrollierte burst ich lege euch tecken ein die habe ich aus der luft gefangen ja burst war ja so kurze feuer schütze maximal fünf fünf schüsse hier weil jetzt ist nichts mehr mit ausgebauter führung noch eine runde verlieren dann ist aussieglich da machst du jetzt ja alles gut kriegen wir noch hin starkes gegnerisches team und ich treffe auch gar nicht so gut zwei auf b da drin ist sagte mir weißt du wenn du sowas siehst die einfach gleich sagen das sind zwei dann weiß ich bescheid woher denn ich habe es nicht das ist immer noch ab ja da oder die lak dinge aus er beim rennen einfach mal voll kaufen alles was geht ja nicht viel wartet einfach ab ich muss jetzt erstmal die mitte hier mal sehen ob es geht ja ne er ist immer noch torbogen um 50 ap ja von drüben lenken da kommt er kommt von a kommt da von unten ich muss da hoch boosten hier oder ist jemand auch von rechts kommt bei einer das ist nicht wahr manus muss halt sterben man erst linke seite jetzt zwei leute da ja genau links ja ja er ist da richtig schön wieder wo war es war terror base du hast die bombe nicht deswegen er hat er hat die bombe 50 sekunden anstrengend warte 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 schläfst du bist schon einer daran er kommt schon recht sein ich habe gerade gesehen dachte aber ich will mir das auch gerade gedacht irgendwie so war es das vorlauf dass ich denke dass ich das einbilder und ein bisschen anstrengend ich gehe mit ok die gehen slow richtung b glaube ich habe ich gesehen das schiss Mache, machste, machste. Bist zu langsam. Da würde ich nie reinschleichen. Leck mich am Sack. Hatte ich jetzt so nicht vor. Kaufen, nicht kaufen, nicht kaufen. Kaufen? Halt ne Pistole, damit du aufs Kevlar kommst. Ja, ist forstbar jetzt. Forstbar heißt Forstbar heißt, du kaufst was geht. Guck ihm hin. Ja, wir splitten uns auf. Es sollte noch jemand mit nach B gehen. Oben, Mitte. Oben, Mitte B? Oh, Mitte. Ne, ne, oben, Mitte. Ich B. Habe ich. Habe ich überdacht. Ah, komm. Oh, hier ist jemand hinter mir, neben mir. Ah, ah. Hinter der Kiste. Mach ihn weg. Hier ist ja noch ein Haus, das wusste ich ja nicht. Unter mir ist der. Hier ist Sophie. Der. Ah, ja. Ey, du kannst, hier gibt's nen Untergrund. Wusstest du das? Der kommt. Der war ja gerade. Wusste ich nicht. Komm durchs an, ne? Ja. 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 Na, da kommt der da noch. Das ist komplett sauber. Welfenarsch ist komplett sauber. Meiner. Bin ich die Bombe? Ja, das reicht. Da liegt hier vor dem Häuschen. Auf das Haus, auf das du drauf kannst, du hast... Achso. Dadurch ist das. Ah, hinter uns. Tatsache. Wiss kommt immer von hinten, du Schlingel. Ja. Auf, auf. Voll in die Fresse. Sehr gut. Gute Eco-Boy sind ja halt. Und nun? Coven? Coven. Ja, ja. Auf Force-Buy. Haben wir gemacht. Scheiße, ich hab keine Kevlar gekauft. Danke. Danke. Ich geh jetzt mal A, geh mal jemand anders, bitte B. Weil vielleicht versuchen die jetzt A oder so. Passt du mal auf unten auf, ich achte auf A, da. Ich bin B. Okay. Wo sind wir? Komm, die war mitte unten. Ups. Ah, der lebt noch. Schön, dadurch. Noch einer, Manus. Ach. Oh. Da sind noch mal einer. Okay. Schön, wieder. Ja. Noch jemand in dem Haus? Schön. Early, wenn du da beispielsweise auf A stehst und hörst, dass da voll die Action grad auf B losbricht, dann darfst du auch da mal mit hinlaufen. Ja, aber ich wollte halt von hinten kommen. Bist du verrückt? Da wird geschossen. Early kommt immer gern von hinten. Das macht nichts. Jetzt hab ich das auch verstanden. Jetzt hab ich den Early durchschauen. Ja, bleib stehen. Da ist einer. Sind die alle auf B? Kommt doch ein B. Kommt nicht mehr, glaub ich. Sind sie im Haus? Hm, noch jemand war da, glaub ich. Hinter uns. Nice. Fisk müsste auch da bei der Bombe gewesen sein. Hallo, Erdi. Habt ihr grad nen Headshot verpassen? Ach. Ich versuch doch dabei. Komm, komm. Faut dich, komm. Hier, komm. Ein Heddy. Au. Vor der Mini hier rauf, Bitch. kommt doch da mit dem durch einer diesen zwei mit und die nach noch jemand und mit der awp nicht von rechts kann er in richtung die könne hier auch wieder von überall kommt von hier kommt wenn sie oder da war noch jemand recht ich wusste nicht ob du es gehört hast ja doch doch aber danke für den call ja 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 weiter 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 und was wäre es gewesen welche mitte durch also zwei sind durch oder die faken und gehen planten b auf dem spot schon glaube ich bin so blöd die anderen auch ansagen machen nicht nur B oder A wo gehen die drun? A sind sie erlöst ey oh unten 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 ja da war schon zu spät irgendwer steht da ich hab den track sorry ich war's oh die rachen uns schon ich hasse Bali ich hätte den SSG big iron gehabt da hat mir gar kein bock mehr ne flaschbang unten yes 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 oh der wäre so schön ah schön action trotzdem gut aber wir sind ja gut unter weg äh könnt ihr mir droppen aber sicher ich muss es haben hab schon hab schon hab schon oh yeah oh yeah oh yeah let's get this done ich hab schon ein Tod weniger als Dalu live goals ich glaub die mach ich nochmal ja komm einer ist A auf jeden Fall mit der SSG ich bin so gut wie im Arsch von den von dem von dem von den von den beim Tor beim Tor hinter dir links kommt raus geil ich hab noch niemand aha schön und jetzt kommen die anderen vom Spot nicht hierher kommen nicht hierher nicht hierher nein jetzt flanken wir den jetzt und dann kommen wir alle von hier das ist kacke Manus ist Low auf dem Spot. 10 AP oder so. Nice. Einer noch. Ich hab, ich kann ihn gefüßen. Ich hab aber kein Deathgib. Nice. Soll ich die AWP mitnehmen? Ja, nimm mal mit. Aber hinter uns steht doch einer. Wo kommen die denn immer raus, dass die uns da nicht geprotzen wollen? Ich hab noch ne AK dabei für jemanden. Danke. Also, wenn. Lieber du AK oder lieber M4? Ich frag dich, ob du lieber AK oder lieber M4 willst. Ja, gib mir eine M4. Das war ja die Frage. Ich vermisse dich hier wieder von hier. Boah, wieder. Da kommt was, ne, Oli? Rechts von dir. Ne, von unten. Ich bin full blind. Oh, drei. Von unten kommt noch einer. Von hier drin. A unten. A unten. Bombe liegt. Komischen Haus. Ich bin hinter denen, warte. Macht noch keinen Stress. Kommt von unten. Einer ist auf dem Spot A. Okay, Sachse. Bei mir habt ihr voll daneben geschossen dadurch. Ja? Ja, trotzdem geschossen. Ich hab gesehen das voll oft. Ihr zielt gar nicht drauf. Ihr seid irgendwie Meter daneben, aber trotzdem trifft sich. Ja, hier. Hm. Das verstehe ich nicht. Ob jemand eine will. Achso. Ja, 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 von mir. Nehmen sie. Bitte. Gerne. Ist von mir von B? Ja. Wollt verteilen, aber okay. Ich glaub die versuchen sie. Ich glaub die versuchen sie. Shit. Die sind B. Alle. Alle B. Geht auf B. Nicht flanken. Nicht von hinten. Einfach straight auf B drauf. Und links, 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 links. Schön. Da hinter der Smog kommen sie. Ach da hinten. Schön. Gebt nur noch Pixel. Der ist in der Smog, dann hat sie verlaufen. Ne, der ist da rechts. Links, Early, hinter dir. In dem Durchgang, ja. Da drin. Man hat voll auf deinem Screen gesehen Early. Sehr gut. Ja, ich hab ihn auch im Blickwinkel gesehen, aber das waren wir dann zu. Vorletzte Runde. Will jetzt jemanden Zeugs? Ne, alles gut. Wir haben glaub ich alle Geld. Ja. Außer Early. Rich Money, Geld. Ich hab mein Geld, ich hab alles aufgegeben gerade. Hm? Haben wir auch alles ausgegeben, haben aber immer noch. Ja. Boah. Da ist wieder einer. Jetzt ging's. Ja. Da war ein Mini kaputt gemacht glaub ich. Da, Dalu hat er nicht. Nein. Ah, wenn, aber nicht tief. Fuck! Fisk hab ich gepusht, den hab ich nicht gesehen. Ähm, Mitte? Einer, Fisk ist noch Mitte. Nein, oben, oben auf dem Dach, Dalu. Nice, wieder, komm. Ich hab drei HP. Dalu hat ungefähr auch noch drei HP. Und ne Orb. Der verschwindet da. Ja. Geh rechts wieder auf A, geh wieder auf A wieder. Nice. Nein. Auf A. Risk ist auf A. Also nicht auf A, sondern an dem Balkon, an dem Loch. Scheiße. Scheiße. Bastard, Arschloch. Egal, haben wir wenigstens noch ne Runde. Trotzdem war das Kacke. Du hättest da als Tipp, wärst du besser rechts um dich rum gegangen. Dann hast du nämlich wieder den weiteren Winkel. Jetzt kannst du Furly legen. Was willst du? Ja, leg in die M4, er redet nicht mit dir. Hallo. Er redet nicht mit Frauen, hab ich gehört. Jetzt ist ne M4. Danke, 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 danke. Take it. Coole Ding, coole Ding. Wo sind sie? Ja, die sind wieder in der Mitte. Die verteilen sich wieder über Mitte zur A glaube ich. Ja. Ah, hinter mir. Da. Ja. Aus diesem hässlichen Haus. Ach, der ist durch den Untergang. Ja, okay. Oh, verdient, verdient. Ah, ist gesmoked von mir aus Versehen. Einer ist drauf auf A und Planter gerade. Warst du nicht sicher, ne? Verfickte Scheiße, ey. Der steht genau vor mir. Ich muss nachladen. Was mach ich? Ich werfe immer eine Rauchgranate ab. Ich hab vor zu saven. Ich will nicht gegen vier Leute da in meiner M4. Ja, wir sind nicht da. Wir sind doch wieder ein bisschen pur. Wir machen nächste Runde nach... Ne, nächste Runde kaufen wir, weil Liquid gesaved hat. Gut. Kaufen? Ja. Und ich geh jetzt gleich... Entschuldi, du kannst wieder da mitbleiben. Ich geh jetzt in den Untergrund rein. Okay. Also diesmal könnten sie nicht von hinten kommen. Nur von der Seite. Ja, das ist kacke, dass der Fisk jetzt vier Runden durchkam. Deswegen vier Runden einfach. Er kam da die erste Runde durch. Das war das erste Mal. Smoke. Laying down smoke. Die sind hier wieder bei mir. Grenade out. Oben A. Er ist unten Mitte. Er ist low. Er hat 5 HP oder so. Ist wieder lächerlich. In der Mitte, da haben sie gesehen. Fisk ist richtig low. Fisk ist auch richtig low. Steht immer noch mitte oben. Ja, fuck. Anti-Luftgranate. Im Haus, im Haus. Wir tot. Hinter dir. Nice. Ja, schade. Ja, leck mich. Ne. Ich glaub deine Sensitivity ist noch etwas zu hoch. Meine? Ne, ich hab grad... Leute, wir schmeißen das Spiel grad weg. Wenigstens eine Runde, das muss ich mehr verlieren. Wir machen jetzt ne Eco. Wir machen jetzt ne Full Eco. Ja, das Problem ist halt, dass sie unten komplett jetzt durchpushen in jeder Runde. Und die aufzuhalten da unten ist echt nicht so einfach. Dann geh mal einer auf B bitte. Wer einfach nur ansagt wann die Leute kommen. Lass uns durchrushen. Wir haben sowieso ne Eco. Dann gehen wir unten beide zusammen. Sorry, ich bin jetzt schon über... Ja. Okay. Da links. Die kommen nicht. Die sind trotzdem A glaub ich. Ja, okay. Wir sind B Haus. B Haus ist nicht. Ja, wird wohl A. Ja. Ist auch nix. Von A kam der Flash. Ah, Dalu hockt da mit der Aave. Kommt jetzt unten mitte. Ja, läuft unten mitte vorbei. Oh, Fisk, ey. Dalu kommt mit der Aave zu A. Geht der durchs Haus. Aber... Ist okay, ist Nico. Ja, aber ich versteh nicht, warum er mich einfach für die Spots defenden. Ich bin die ganze Zeit alleine B. Jetzt war ich auf A und war da auch keiner. Das Problem ist, dass wir von allen Seiten können, wenn wir in der Mitte nichts deffen. Ja, ja. Aber das heißt ja nicht, dass... Vier Leute in der Mitte sind und nur einer... Beides Bots deckt. Das funktioniert ja nicht. Ich steh doch an A und def auf A. Ja. Warum soll ich mich mitten drauf stellen? Jetzt. Los, Dalu metter sie. Los. Favoret, los. Das ist zu kade. Ja. Ja. So. Jetzt gewinnen wir die nächsten zwei Runden, bitte. Ne, weil... Wo... Wo kommen die denn durch? Weil auf A gibt's ja nur zwei gescheiten Videos auf den Spot. Mit muss einer halten. Ja, aber das ist das Problem. Mitte hat drei Möglichkeiten. Ja, er muss halt Mitte weit hinten halten. Von direkt hier vorne beispielsweise, weißt du? Ja, aber das funktioniert nicht, weil sonst kommen sie ja über B. Über die Häuser und so weiter. Ja, aber B bin ich ja. Ja, okay. Die sind zu dritt A durch. Ich bleib jetzt hier. Ich bleib jetzt hier. Da ist er wieder. Fisk ist tot. Nee, nee, nee. Wer ist das wieder? Geh mal unter A. Ihr, ihr steht... Ja, genau. Zweit hier. Da war einer, gell? Ja, oben sind zwei. Ja. In Richtung A. Da auch. Richt oben. Ach, ich hab einen gekillt. Ne. Early. Nein, es ist vier gegen zwei. Ah, leck mich. Dalu hängt oben auf dem Cliff. Das ist unten. Wir haben beide da. Boah, leck mich am Arsch. Glaube, er hat kassiert. Wer? Dalu. Oh mein Gott. Der hört nicht auf. Bleibt es. Oh, geile Dinge. Oh, ja, nice. Liquid. Was war das? Ja, der pullt da. Muss er ja. Los. Verlieren wir noch ne Runde in Folge. Oh, ja. Let's get it here. Let's get it done. Motivation. Okay, Julie, jetzt gehst du da am besten nicht. Genau, geh zur Tür hier. Laying down smoke. Genau, und jetzt steppst du ab da. Genau, perfekt. Laying down smoke. Throwing flashbang. Decoy. Steps unter uns. Wir gehen Mitte zu A. Mittel was zu A. Hab ich gesehen. Einer nach Mitte zu A. Vor B einer gestappt, glaube ich. Aber kein Safe Call. Ja, schon oben hinter der Kiste einer. Schön, schön. Da lohnt Sachse noch. Für einen. Ja, Sachse ist auch bei A. Uh, da kommt der. Halt bei hoch von mir. Ja, ist das linke Seite. Oben linke Seite bei A. Aber hinter der Kiste kommt auch was, glaube ich. Da, geh um die Ecke. Da links. Ja, ist da. Da, ist da, ist da, ist da, ist da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der letzte ist da. Der letzte ist da, du. Wo? Ja, das ist... Ja, kurz. Auch hätt ihr mit dir nicht nachgegeben. GG, meine Frau, die haben wir gespielt. Hat mir ja Spaß gemacht. Sehr schön. 41 Kronen. Juhu. Voll. Voll. Juli, dann darfst du einmal abmoderieren. Genau. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt auf jeden Fall bei allen Mitspielern rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.